Zoten sind anzügliche Witze, nicht selten mit sexuellem Inhalt. Der Duden definiert Zote als derben, obszönen Witz, der als gegen den guten Geschmack verstoßend empfunden wird. Begriffsgeschichte Wortherkunft Der Begriff erscheint gegen Ende des 15. Jahrhunderts im Nürnberger Fastnachtspiel, im 16. und 17. Jahrhundert in Schwankbüchern und ist 1523 bei Martin Luther und 1551 bei Kaspar Scheidt belegt. Zunächst in der Wendung Zoten reißen, etwas Unflätiges tun, der Bespäße machen, dies vielleicht entlehnt aus Französisch Soti-Narrenspiel. Als Ursprung ebenfalls in Frage kommt Zote in der Bedeutung, verfilztes, durch Schmutz und Kot verklebtes Habeschel, Schamhaare oder wenigstens Einfluss desselben. Die Unterscheidung zwischen Zote und Zote in der Schreibung tritt seit etwa 1700 hervor. Psychologische Deutungsansätze Die erste wissenschaftliche Definition dieser Witzkategorie stammt von Sigmund Freud. Freud erläutert darin seine Ansicht, dass die Zote primär dem Ziel dient, dass der Erzähler sein eigenes Interesse auf den Hörer verlagern kann, ohne soziale Sanktionen befürchten zu müssen. Es ist dem Erzähler bisweilen möglich, den Zuhörer sexuell zu erregen, ohne dafür gemaßregelt zu werden. Da die Zote gleichzeitig aber einen weiteren Inhalt vorschibt, der sekundäre Bestandteil des Witzes ist, wird die Absicht des Erzählers kaschiert. Zote vers specialists Zote vers Piece